Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Big Tree. Mit dabei ist heute die Kennedy. Hi! Ja, da ist sie auch schon am Start. Finde ich ganz cool. Ich habe sie gefragt, ob sie mal Bock hat, in meiner Aufnahme mitzumachen, weil ich einfach immer so ein bisschen Abwechslung suche. Und ja, sie hat direkt Ja gesagt. Fand ich ganz cool. Und sie war mir dann direkt sympathisch. Ja. Und jetzt ist sie halt ein bisschen dabei und labert ein bisschen mit mir. Und ja, keine Ahnung. Stell dich mal so ganz kurz ein bisschen vor vielleicht noch. Ja, ich bin 16, ganz normal eigentlich. Also kein YouTuber oder so. Aha. Ja, ich gucke halt immer deine Videos auch. So. Ja, seht ihr, wenn ihr euch dementsprechend geschickt anstellt, ich weiß gar nicht, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ähm, habe ich dir einen Kommentar geschrieben oder so? Also sonst, ich schreibe ja immer bei Jeddah. Aha. Das ist so. Der Jeddah. Ja. Der ist normal auch immer da. Heute nicht. Ja, nee, ich weiß es gar nicht. Doch, ich weiß es schon. Ich habe gesehen, dass du mich abonniert hast. Und dann habe ich dein YouTube-Channel angeguckt. Und dann habe ich gelesen, dass du eigentlich Vlogs machen willst. Eigentlich. Äh. Ich habe meine Faulheit. Ja, genau. Äh, ich glaube, da bist du nicht die Einzige. Ich denke, es wird viel mehr geben, wenn sich so viele faul wären. Aber es gibt auch viele, die faul sind. Ja, genau. Stimmt. Du zum Beispiel. Ich meine jetzt, welche YouTuber, die faul sind. Ach so, ja, okay. Alles klar. Ja, und dann auf jeden Fall, keine Ahnung, habe ich dich angeschrieben und dann hast du mir ewig nicht zurückgeschrieben. Dann war ich voll enttäuscht und dann dachte ich, ja gut, dann halt nicht. Ja, Mann, ich lese ja keine YouTube-Nachrichten. Ja, die liest eigentlich keiner mehr. YouTube-Nachrichten, wer findet sowas? Dann muss da auch eine blöde Glocke kommen. Nee, bei jedem Kommentar oder bei jedem Plus kommt eine riesenfette Glocke. Und bei einer Nachricht, wo es eigentlich wirklich um eine persönliche Nachricht geht, die an dich gerichtet ist. Nee, nö, muss man nicht. Braucht keiner. Alles klar. Ja, und dann, keine Ahnung, habe ich dich irgendwie, glaube ich, in Cheddars Livestream oder was weiß ich wo gesehen und dann dachte ich, so, schreib es an das Mädel und frag sie, ob sie Bock hat. Ja. Genau, und je nachdem, wenn ihr erstmal mal auch Bock habt, bei mir irgendwie in der Folge mit drin zu sein, dann, ja, müssen ein paar Sachen noch trotz allem passen. Ihr müsst nicht ganz so, also ich habe nichts dagegen, mit ganz kleinen Kindern aufzunehmen, nichts dagegen, aber es ist trotzdem immer ein bisschen schwierig und das sind die Themen meistens dann irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, ich rede einfach nicht gern über, keine Ahnung, ob der Lolli grün oder gelb ist oder was weiß ich was. Nein, so meinte ich das gar nicht, aber wie meint man sowas? Mann, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich meine, ey, jetzt gehe ich hoch ins Bett und will schlafen, ich wollte doch einen Sofa bauen. Hier. Was hast du eigentlich heute schon ich meine gesagt? Ich meine, ich meine, das könnte öfters gewesen sein. Ich nenne die Folge ich meine. Ich meine zu wissen. Überschreiten. Wie war das Sofa? Ja, schon. Ah, cool. Soll ich ein weißes Sofa machen? Ja, weißes, steilisch. Ich habe keinen Bock, Wolle zu färben. Das dauert zu lange. Brauche ich eigentlich, mache ich, warte mal. Mache ich da ein Sofa aus einem oder mache ich da ein Block aus einem? Jetzt weiß ich es nicht. Du machst ein Sofa aus sechs Wolle. Ja, aber ist der dann ein Block breit oder ist das ein fettes Sofa? Ein Block breit. Ah, okay. Das heißt, ich kann mir jetzt hier, wo mache ich das jetzt hin? Ich mache mir jetzt hier, 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 hier und dann mache ich da die Leinwand hin. Oh ja, genau, so mache ich das. Dann kommt hier die Leinwand hin und da hinten kommen die zwei Boxen hin und hier kommt da noch einen Kühlschrank hin. Ja, wie mache ich denn die Leinwand? TV, das hat man doch auch noch. Ja, das gibt es auch noch. Oh, ich glaube, ich bin noch im Cheat-Modus. Upsa. Recipe. So, jetzt haben wir das gefixt. Oh, das ist ja einfach. Ein bisschen Holz und ein bisschen Glas und ein bisschen Redstone. Cool. Guck mal, ich habe hier gleich noch zwei Fragen. Die machen wir mal vorne weg, dann haben wir die nämlich. Okay. Oh, fuck. Ja, ich bin nur runtergedonnert. Die Aufstehfrage wäre von Max Walter und er fragt, was hältst du von der Smartwatch? Weißt du, was das ist? Ja, weiß ich. Okay, was hältst du davon? Ich fange mal mit dir an. Also, das Prinzip finde ich ziemlich witzig, einfach so ein kleines Smartphone auf einer Uhr zu haben, aber irgendwie erscheint mir das auch irgendwo unnötig. Ich meine, du hast ja dein Telefon und dann hast du deine Uhr und warum musst du das verbinden? Okay. Also, du als Mädel würdest du das nicht tragen? Doch. Also, irgendwo, wenn man das nötige Kleingeld hätte, vielleicht und wenn man sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzen würde. Vielleicht auch. So jetzigen, weiß ich nicht, für den Preis finde ich das jetzt auch so, von meiner jetzigen Preis-Leistung-Verhältnis irgendwie so, finde ich das jetzt nicht so notwendig. Okay. Würde ich mir lieber ein gutes Handy kaufen. Ja, also, ich bin auch der Meinung, ich, also, was ich jetzt festgestellt habe, dass ich viel, viel, viel zu oft am Handy bin und das ist die Jugend allgemein sowieso, finde ich meiner Meinung nach. Ja. Und, ja, da spricht jemand aus Erfahrung. Nicht richtig. Also, ich bin jetzt nicht so der Handy-Junkie, ich, irgendwie werde ich mit meinem Handy nicht richtig warm, aber meine Freundin, also eine Freundin von mir, die ist schon exzessiv am Handy suchen manchmal. Okay. Aber das Gute ist, sie schreibt dann auch immer zurück, wenn man sie anschreibt. Ja, das stimmt schon, aber ich finde es zum Beispiel, also, keine Ahnung, du kannst, warte mal, du kannst ja gar nicht so richtig, richtig abschalten und das finde ich so ein bisschen immer. Ja. Oder was ich ganz schrecklich finde, ich meine, du gehst essen oder sowas, und dann hockst du da und dann hocken plötzlich drei Leute am Handy und du hockst da da und denkst so, hm, ja, was geht so ab? Ja, keine Ahnung. Ja, schon so ein bisschen. Oder ich hatte, vor kurzem hatte ich auch dieses Phänomen, dass ich daheim hockte und weiß ich nicht, ich hatte plötzlich sechs Leute da, so halt, die haben eher so wenig, so einen Überraschungsbesuch gemacht und von denen sechs waren wirklich fünf am Handy und ich dachte so, ja, äh, fuck, was wollt ihr hier, also, dafür braucht ihr mich nicht besuchen, komm, so. Heizung ausnutzen. Ja, ja, das stimmt, aber es ist so warm hier, findest du nicht gerade, dass schon wieder viel zu warm ist? Na, also, bei mir ist es gerade irgendwie, heute war es ziemlich kalt bei mir heute. Also, so warm war es jetzt nicht, okay, ich könnte in den Lederjäcker rausgehen, aber so warm war es nicht, war schon wärmer hier. Okay. In letzter Zeit. Ah, ich weiß nicht, also doch, bei mir eigentlich schon so, ich mach das, glaube ich, wie mach ich denn so einen stylischen Tisch, wie ich mir das jetzt vorstelle, ich glaub, das mach ich so und mach ich das so nicht, so säg das nochmal, jetzt kommt wieder der Baumeister hier, so, genau, und dann stelle ich mir das, weil da kommt jetzt der fette Fernseh drauf, der wahrscheinlich viel zu klein ist. So groß ist der echt nicht. Nee, egal, ich glaub, der ist bloß ein Block groß. Ja. Ah, so, nein, na, damit. Ah, dieses Karten, das Zeugs, das ist zwar schön und gut, aber irgendwie funktioniert halt nicht immer so, wie ich will und dann nervt mich das. Wie mach ich denn das hier jetzt? Also, und was ich davon halte, also ich bin eigentlich auch eher dagegen, weil ich glaube, ich brauch eigentlich keine so eine Smartwatch. Und von dem her. Im Unterricht könnte man Fotos machen, einfach so mit der Uhr. Okay, die Frage ist, warum machst du Fotos von wem? Was weiß ich, vielleicht kann man die irgendwann nochmal als Erpressungsmöglichkeit nutzen. Als Erpressungsmöglichkeit, aha. Ja, gut, das ist natürlich allerdings eine nicht so nette Möglichkeit, aber ja, okay. Finde ich dann wiederum geschickt. Ja. Wenn aber bei uns in der Klasse, wenn wir irgendwie mal was abschreiben müssen und irgendwie zu wenig Zeit da ist, dann fragen die Jungs auch immer regelmäßig, können wir das mal Foto abfotografieren und dann schau dir in das Handy raus, du kannst einfach mit der Uhrhalte rausziehen. Ah, so. Wäre praktisch. Ja, stimmt. Guck mal, ich zu meiner Zeit, in meiner Schulzeit, ich hab halt einfach noch richtig krass von Hand abgeschrieben. Wir müssen auch noch richtig krass von Hand abschreiben, ist aber trotzdem doof. Aha, und ja, okay. Doch, nee, inzwischen, inzwischen glaube ich, würde ich nicht mehr so viel abschreiben. Wobei die größte Lüge ist ja, ich merke mir das, das ist immer so das Beste. A, brauche ich nicht abschreiben, merke ich mir sowieso. Mhm. Und dann am nächsten Tag hatten du Hausaufgaben? Ja, genau. So ging es mir dann schon immer. Was bist du eher so für einen Hausaufgabentyp? Machst du Hausaufgaben oder machst du keine Hausaufgaben? Ich mach Hausaufgaben, weil ich mir einfach total bekloppt vorkomme, wenn ich Hausaufgaben nicht habe. Ja. Super. Ich kenne mal, dass der Lehrer irgendwie sagt, nee, 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 nee. Ja. Ich lach gerade so, ich gucke mir, ich hab mir jetzt so einen Riesentisch gebaut für meinen Fernseher und der Fernseher ist halt so einen Block breit und irgendwie, keine Ahnung, ich hab gehofft, dass der größer ist. Ich glaube, ich mach da einfach eine Leinwand hin. Was mache ich? Dann ist der Tisch aber voll sinnlos. Dekotisch? Dekotisch. Ja, warte mal, hier, okay, doch, nee, Dekotisch, dafür ist er schon zu groß. Dann mach ich das anders, dann hau ich das hier weg. Ach, ich nehm die Spitzhacke zum Holz abbauen. Okay, und dann heißt das, also, du hast eher Schiss davor, dass du Auge kriegst, wenn du keine Hausaufgaben machst? Ja. Okay. Es sei denn, ich denke mir so eine richtig gute Ausricht aus. So eine richtig gute? Aber in der Zeit könnt ihr Hausaufgaben machen, deswegen. Okay. Bist du eher so der, der ich lerne oder ich bin, bist du eher so, ich mach ein Spickzetteltyp? Also Spickzettel mach ich nicht, aber lernen tue ich jetzt auch irgendwie nicht. Also ich hab das große Glück, dass mir das meiste doch irgendwie so ein bisschen zugeflogen kommt. Das heißt, wenn ich irgendwie im Unterricht was verstehe, dann verstehe ich es auch die ganze Zeit und ich brauch es eigentlich nicht mehr zu lernen. Deswegen, also ich bin in letzter Zeit ziemlich faul geworden. Früher habe ich mehr gelernt, eindeutig. Aber ich brauch jetzt halt nicht mehr so richtig lernen. Mein großes Glück. Das hat gewisse Vorteile allerdings, ja. Ja. Kann ich das so machen? Das wäre natürlich auch cool. Ich schmeiße hier mein Zeug aus dem Inventar. So, und dann kann ich das da drauf machen. Geht das? Nee, geht nicht. Schade. Wäre ja zu schön. Dann halt nochmal weg. Ich mach jetzt hier voll den Designertisch. Wehe. So. Ich mein, so einen Tisch hat zwar keiner wahrscheinlich, aber egal. Doch, ich hab so einen. Individualität, ne? Ja, genau. Individualität. Das muss man heute sowieso immer haben. Ja. Der sieht irgendwie doof aus. Aber was soll's? Hey. Hat nicht jeder. So, und dann mach ich hier. So, und dann mach ich so. Dann sieht das, glaube ich, gar nicht schlecht aus. Wahrscheinlich schon, aber... Kannst ja nicht beurteilen. Ja, schon. Du siehst ja nichts. Boxen. Dann kann man boxen wollen. Gibt's hier irgendwas? Lautsprecher? Nee, auch nicht wirklich. Laut... Wie heißen die? Speak of English? Spill... I... Nee. Nee. Ea. Ah, wenn man immer wüsste, was man sucht. Tja. Uah. Wenn man wüsste, was man sucht, dann wird vieles einfacher. Ja, finde ich auch. Ja, doch. So, lass ich's erstmal. Jetzt brauche ich noch einen Kühlschrank. Und der Kühlschrank war irgendwie auch ein bisschen tricky. Ich habe noch eine weitere Frage und zwar fragt Black Oil. Ich bringe immer die Fragen rein. Ja, ja. Das habe ich schon gemerkt, hast du. Und er fragt mal wieder, und was hältst du von dem kaum ändernden Design des HZ-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. HTC One und Galaxy S5 im Vergleich zu ihren Vorgängern. Was ich davon halte, ich finde es total geil, man. Ich finde es richtig nice, perfekt, ultra cool. Nicht, keine Ahnung. Ich bin überhaupt kein Android-Typ und weiß nicht mal, wie es aussieht, wenn ich ehrlich bin. Ich kann es nicht wirklich sagen, von dem her. Ja, ich finde, für mich muss sich Design nicht wirklich ändern. ich finde oftmals dass eigentlich das bestehen denn ganz gut ist und braucht auch wirklich neues wie sieht es bei dir so aus also ich weiß wie die beiden aussehen aber irgendwie ich finde das design also es muss schon irgendwie cool aussehen aber das muss ich jetzt nicht irgendwie als zu jedem modell ändern finde ich so langsam gut in der hand liegt und solange das betriebssystem einigermaßen okay ist es eigentlich doch gut also so sehe ich es auch also ich bin da ganz deiner meinung ich nervt das sogar zum beispiel nein mich nervt es nicht also was ich was mal was mich nervt sind die die kinder oder die erwachsenen sind oftmals nicht mal kinder sind auch erwachsenen die dann sagen okay es kommt ein neues handy raus und oh mein gott das sieht so anders aus das sieht richtig scheiße aus und dann kommt raus und dann sagt sie oh mein gott das sieht so geil aus das muss ich unbedingt haben gibt es ja alles meins hast du ja neuere handys oder alte alte also aus kostengründen habe ich dann doch eher so ein paar älter also weil die neueren die sind alle mal sowas von überteuert und ich habe einfach keinen bock irgendwie mal 500 euro oder 300 euro für so ein handy auszugeben einfach ja das kenne ich und dann macht das so wie ich weil ich habe mir heute vorgestern habe ich mein handy ins wasser getunkt einer stelle wo man es eigentlich nicht rein tun sollte wie ich das angestellt habe das eigentlich auch mehr oder weniger dumm gelaufen und ja dann hast einfach mal die 500 euro in die toilette geschmissen und denkst dir so nein oh mein gott wieso und da bist du nicht so schlau und und machst das irgendwie keine ahnung machst das dann aus oder so nee ich habe da nebenher geskypt und habe einfach weiter geskypt und ja jetzt tut mein handy nicht mehr finde ich richtig gut ich weiß noch nicht was ich da mache ich überlege mir doch noch was also von dem her gebt erwachsenen keine solche handys und kinder auch nicht stellt sie gar nicht mehr her ja genau richtig stellt sie gar nicht mehr tut was für die umwelt geht back to the future schreibt euch briefe man finde ich sowieso cool mein handgeschriebenen brief hat sogar echt was ich weiß nicht ich komme irgendwie nicht wirklich in quark was ich noch bauen soll du denkst mich ein bisschen krass ab aber das ist ganz in ordnung keine ahnung ja ja die youtuber verübeln mir das nicht die die zuschauer und keine ahnung dann gibt es heute einfach nur eine chillout area und ihr habt so ein bisschen kelly kennengelernt und wenn ihr doch mehr mit ihr haben wollt oder mit mir oder keine ahnung mit irgendjemand anders dann schreibt mir das doch einfach wieder in die kommentare ihr wisst da unten rein und lasst mir ein däumchen oder zwei da und ja das gewinnspiel läuft auch noch also immer fleißig dran denken wir sind schon wieder relativ weit an der nächsten zahl dran das ging echt schnell ja wenn du noch was sagen willst dann hast du jetzt die möglichkeit dann in drei zwei eins ich wünsche euch was bei bei haut rein euer sami